Das größte Gut, was der Mensch hat, ist die Gesundheit und da ist keine Unternehmung zu schade. Jede Minute ist da wertvoll, ganz egal, ob man die Gesundheit fördert, sie wiederherstellt oder wenn man dann gesund ist, dass man sie erhält. Und darum habe ich meinen Kalender reingeschaut und wo ich gesehen habe, dass ich da Zeit habe, war ich gern bereit, mich da als Schömehr zur Verfügung zu verstellen. Besonders wenn man in den hektischen Tagen oder Menschen, die wegen ihrem Beruf sehr eingespannt sind, da muss man zumindest die Zeit nützen, die einem zur Verfügung ist, um da zumindest was für die Gesundheit zu tun. Das ist ein bisschen ein Sport, aber nicht so im leistungsorientierten Bereich, sondern auch gern in der Breite. Ich bin ein begeisterter Alpinist, ich gehe gern Mountainbike fahren, Skitouren gehen und aber auch so ganz normal im Wald spazieren gehen. Meine Frau schaut, dass ich mich auch zumindest dann zu Hause gesund ernähre und wir haben auch gewisse Sachen, dass ein guter Schlaf, das auch wichtig für die Gesundheit möglich ist, aber da habe ich selbst noch nie Probleme gehabt.